Guten Tag und herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung, auch im Namen unseres Kooperationspartners der Grünen Europäischen Stiftung, des Zusammenschlusses aller Grünen Stiftungen in Europa. Ich freue mich sehr über das rege Interesse, das Thema, das wir heute diskutieren, denn Grenzerfahrungen, Asyl- und Flüchtlingspolitik in Europa liegt ja in der Luft, mit einer enormen politischen Brisanz. Diese Tagung ist Teil einer ganzen Serie von Europäischen Jahrestagungen der Heinrich-Böll-Stiftung, die wir schon seit einigen Jahren unter dem Obertitel EU-Quo Vadis veranstalten, Wohin geht Europa? Diese im Grundton durchaus besorgte Frage ist aktueller denn je, auch wenn man sich bewusst ist, dass die Geschichte der Europäischen Union eigentlich von Anfang an von Krisen begleitet war. Tatsächlich ist fast jede Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft aus Krisen heraus entstanden. Nur wenn klar ist, dass es nicht so weitergeht wie bisher, entsteht offensichtlich die Bereitschaft, das Alte zu verändern und den nächsten Schritt zu tun. Mit ein wenig historischem Optimismus könnte man also sagen, die Krise ist das Lebenselixier der Europäischen Union, ein Katalysator für ihre Weiterentwicklung. Aber diesmal ist alles andere als sicher, ob wir es wieder mit einer Wachstumskrise der EU zu tun haben. Der Weg zur berühmten Ever Closer Union, also zur immer engeren politischen Union, ist keineswegs irreversibel. Wir sind mit äußeren Herausforderungen und inneren Zentrifugalkräften der EU konfrontiert, die die reale Gefahr einer Desintegration in sich bergen. In Ungarn und Polen regieren national-konservative Parteien, die in der Union eine Bedrohung ihrer Souveränität sehen. In Österreich konnten sich die pro-europäischen Kräfte mit Mühe und Not bei der Wahl des Staatspräsidenten behaupten. In Frankreich greift Marine Le Pen nach der Präsidentschaft. In Großbritannien droht der Brexit. Lauter Trittminen, die uns um die Uhren fliegen können. Das große Thema unserer Tagung heute ist der Umgang mit der Massenzuflucht nach Europa. Die Fluchtbewegungen von Hunderttausenden im letzten Herbst haben massive Verwerfungen innerhalb der EU hervorgerufen, zwischen den Mitgliedsstaaten und in unseren Gesellschaften. Die Flüchtlingsfrage war Katalysator, aber nicht Ursache für Widersprüche, die sich schon länger anbahnten. Wir sind heute mit einer massiven Herausforderung der liberalen Demokratie konfrontiert. In unserer Nachbarschaft spielt sich ein autoritäres Rollback ab, von Russland bis nach Ägypten. Der arabische Frühling mündete in eine Orgdie der Gewalt. In unserer östlichen Nachbarschaft hat Russland den Rückweg zu Autoritarismus und militärischer Machtpolitik angetreten. Der Kreml ist heute das Hauptquartier einer antiliberalen Internationale. Das Zentrum eines Netzwerks von Medien und Parteien, die eine antiliberale Agenda verfolgen. Sie wenden sich gegen die europäische Integration, gegen das transatlantische Bündnis, gegen offene Grenzen und offene Märkte, machen Stimmung gegen Flüchtlinge aus anderen Kulturkreisen, schüren Ressentiments gegen den Islam, wenden sich gegen die Gleichstellung von Schwulen und Lesben und propagieren einen plebiszitären Volkswillen gegen die repräsentative Demokratie. Insofern war die Präsidentschaftswahl in Österreich keine Eintagsfliege. Nationalistische, fremdenfeindliche und autoritäre Gegenbewegungen ziehen sich durch ganz Europa. Es ist billig, mit dem Finger vor allem nach Mittelosteuropa zu zeigen. Auf Ungarn, Polen oder die Slowakei. Wir haben vergleichbare Entwicklungen in Frankreich, in Skandinavien und auch bei uns. Das zeigt sich eben auch und vor allem in der Flüchtlingsfrage. Die Tage der heiteren Willkommenskultur sind auch in Deutschland vorbei. Trotz des anhaltenden und bewundernswerten Engagements Hunderttausender freiwilliger Helfer. Faktisch hat die Bundesregierung einen harten Kurswechsel vollzogen von der humanitären Grenzöffnung im letzten Herbst zur Abschreckung. Dass eine Politik der offenen Grenzen nicht auf Dauer durchzuhalten ist, das konnte man wissen. Aber mittlerweile schwingt das Pendel wieder ins andere Extrem. Schutz der Außengrenzen ist zum kleinsten gemeinsamen Nenner europäischer Flüchtlingspolitik geworden. Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie brüchig das Narrativ von der Europäischen Union als Raum der Freiheit und des Rechts ist. Die Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen wurde systematisch beschnitten, das Prinzip der offenen Grenzen innerhalb des Schengen-Raums vorübergehend außer Kraft gesetzt. Nationale Alleingänge traten an die Stelle europäischer Kooperation und Koordination. Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde faktisch ausgehebelt. Europäische Regierungen bekennen sich ganz offen dazu, dass nationale Interessen über dem Völkerrecht stehen. So ist die Flüchtlingskrise zu einer Krise der EU geworden. Das gilt auch für unsere internationale Glaubwürdigkeit. Eine engherzige, vorwiegend auf Abwehr gerichtete Flüchtlingspolitik wird das Bild Europas in unseren Nachbarregionen nachhaltig verdunkeln. Das gilt umso mehr für viel ärmere Länder, die in viel größerem Umfang als wir Flüchtlinge aufgenommen haben. Was sollen Sie von einem Europa halten, das vor allem darauf abzielt, sich gegen die Not der anderen abzuschotten? Was sind mögliche Alternativen? Was sind Wege einer europäischen Flüchtlingspolitik, die sich humanitären und völkerrechtlichen Prinzipien verpflichtet fühlt, ohne ihre eigenen Gesellschaften zu überfordern? Unsere Tagung soll keine bloße Tribüne für moralische Anklagen und idealistische Appelle sein, sondern ein Forum für die Suche nach realistischen Antworten auf die Flüchtlingsfrage. Im Kern geht es um eine Politik der Steuerung und Regulierung als Alternative zu einer Politik der Abschottung. Was könnten Eckpunkte einer solchen Politik sein? Es gibt offenkundig keine akzeptable Lösung im nationalen Alleingang. Das gilt allerdings nicht nur für den Ruf nach Abschottung der nationalen Grenzen. Es gilt auch für die Forderung, die Bundesrepublik solle ihre Grenzen im Alleingang öffnen. Auch das ist eine Erfahrung aus dem letzten Herbst. Die Entscheidung des Bundeskabinetts und wohl vor allem der Bundeskanzlerin angesichts des Flüchtlingsdramas, das sich in Ungarn aufbaute, die Grenzen der Bundesrepublik für Flüchtlinge zu öffnen, war richtig. Sie war es aus humanitären Gründen und aus europapolitischen Gründen. Aber gleichzeitig war sie ja der Form nach unilateral. Ohne Abstimmung, ohne Konsultation, ohne Koordination mit unseren europäischen Nachbarn. Und das war Teil der Konflikte, die sich dann daraus entwickelt haben. Auch eine bloß europäische Lösung der Flüchtlingsfrage ist irreal. Wir brauchen kooperative Arrangements mit unseren Nachbarregionen im Osten und im Süden. Also Zusammenarbeit mit den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, oder in denen sie gestrandet sind. Dazu gehört auch die Verbesserung der Lage der Flüchtlinge vor Ort, insbesondere in der Türkei, in Jordanien oder im Libanon. Teil dieser kooperativen Arrangements, dieser multilateralen Flüchtlingspolitik, müssen auch Vereinbarungen über die Aufnahme von Flüchtlingen aus diesen Zwischenländern in die Europäische Union sein. Das bedeutet, legale Zugangswege für Flüchtlinge zu öffnen. Es führt kein Weg an entsprechenden Vereinbarungen mit der Türkei vorbei. So groß die Zumutung gegenwärtig scheint, mit Erdogan überhaupt politische Vereinbarungen zu treffen. Aber die Türkei ist ein zentraler Eckstein für eine solche über Europa hinausreichende Regelung der Flüchtlingsfrage. Der Fehler des jetzigen Abkommens liegt vor allem darin, dass die vereinbarten Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen in der Europäischen Union bei Weitem zu gering sind, um den Flüchtlingen eine realistische Alternative zur riskanten Flucht über das Mittelmeer zu eröffnen und damit auch den kriminellen schleppernden Boden zu entziehen. Das heißt, wir bräuchten legale, kontingente Zugangskorridore für Flüchtlinge in ganz anderen Größenordnungen, um ein Stück Druck aus der verzweifelten, ungeregelten Zuflucht über das Mittelmeer herauszunehmen. Die Frage ist, ob solche Vereinbarungen, Multilateralvereinbarungen, nur als gesamteuropäische Lösung mit unseren Nachbarn möglich sind und ob sie überhaupt als gesamteuropäische möglich sind oder ob wir nicht neue, differenzierte Strategien brauchen, Coalitions of the Willing, also Initiativen der europäischen Staaten, der EU-Mitglieder, die noch bereit sind, in relevantem Umfang Flüchtlinge bei sich aufzunehmen und die dann entsprechende Vereinbarungen mit der Türkei oder in einem nächsten Schritt auch mit Jordanien und dem Libanon treffen. Wer darauf beharrt, dass wir gesamteuropäische Lösungen im Sinne einer einheitlichen Politik aller Mitgliedstaaten brauchen, landet vermutlich bei ausgesprochen restriktiven Lösungen. Wenn man Bewegung in die Flüchtlingsfrage bringen will und wenn man aus der jetzigen Politik der Abschüttung ausbrechen will, dann braucht es meines Erachtens Gemeinschaftsinitiativen der Staaten, die gegenwärtig dazu bereit sind und die dafür kämpfen, die entsprechende politische Akzeptanz auch in ihren Gesellschaften zu erreichen. Und ein letzter Punkt für einen solchen Rahmen für Eckpunkte einer anderen Flüchtlingspolitik ist eine engere Verzahnung von Flüchtlingspolitik mit einer langfristig angelegten Einwanderungspolitik in die Europäische Union. Dazu gehört auch die Statusfragen zu klären. Sollen Flüchtlinge lediglich vorübergehend, lediglich temporär hier ein Bleiberecht erhalten? Oder sollen sie langfristig als Zuwanderer in unsere Gesellschaft integriert werden? Das bedeutet auch erleichterte Übergänge zu schaffen zwischen Flüchtlingsstatus und Einwanderungsstatus. Das sind mittel- und langfristige Aufgaben, aber sie müssen kurzfristig angegangen werden, weil wir sonst mit absehbarer Sicherheit in das nächste humanitäre Drama und in die nächste politische Krise schlittern werden. Wer glaubt, dass mit dem Rückgang aktuell der Flüchtlingszahlen nach Europa das Problem bereits gelöst sei, macht sich und anderen etwas vor. Mehr als genug Stoff also für unsere Tagung. Ich freue mich sehr auf unsere internationalen Gäste im Publikum, aber vor allem bei den Referentinnen und Referenten. Es liegt uns daran, dass wir auch tatsächlich einen europäischen Dialog über diese Fragen führen und nicht einfach nur ein deutsches Selbstgespräch. Solche Konferenzen sind immer eine Koproduktion vieler Köpfe und Hände. Hervorheben möchte ich vor allem Christine Pütz, unsere EU-Referentin und das Europareferat, die für Konzeption und Vorbereitung dieser Tagung verantwortlich waren. Ulrike Pusch für die gute Betreuung der Referentinnen, sowie unser Tagungsbüro und die Kollegen von der Haustechnik, ohne die hier nichts läuft. Noch ein technischer Hinweis. Wir kämpfen gerade mit einem partiellen Ausfall unserer Gebäudekühlung. Obwohl die Sonne heute nicht so prall scheint, könnte es also sein, dass sich im Verlauf des Tages nicht nur die Gemüte erhitzen, sondern auch der Saal etwas wärmer wird als sonst. Wir bitten um Ihr Verständnis. Genug der Vorrede. Wir kommen jetzt zum Eröffnungsvortrag. Ursprünglich war Sven Biskopf vom Egmont-Institut Brüssel für die Eröffnungsrede vorgesehen. Er musste leider kurzfristig absagen. Umso dankbarer sind wir, dass Roderick Parks kurzfristig eingesprungen ist. Er freut uns sehr. Und er ist mehr als ein Ersatz. Roderick Parks ist Senior Analyst am Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien in Paris. Hat eine lange internationale Karriere. War zeitweise hier auch in Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Stiftung Wissenschaft und Politik tätig. Hat als Fellow am Polish Institute of International Affairs und am Swedish Institute of International Affairs gearbeitet, bevor er seine jetzige Funktion übernommen hat. Roderick, please, the floor is yours. Vielen Dank für Ihr Interesse. Applaus Vielen Dank für ihn.